Hallo! Perfekter Anfang! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube Video auf dem Strong Living YouTube Channel. Ich hoffe euch geht's gut und es passt alles bei euch. Siehst, der kann das schon. Jetzt geht's ab! Es ist Tag 2 der Bukarest Reise, also one day out vor der Wings of Strength, Romanian Master Show heißt das ganze glaube ich. Ich werde euch so viel wie es geht mitnehmen und einfach kleine Einblicke zeigen, was so rundherum passiert, weil beim Wettkampf darf ich leider nicht filmen. Deswegen zeige ich einfach alles was rundherum so geht. Wir haben schon einen guten Start in den Tag gehabt, ein bisschen gearbeitet, schon was gegessen und jetzt geht's ab ins Training, kleine Spaziergang vorher. Tut auf alle Fälle gut. Wir beide gönnen uns heute wieder eine Pulse Session. Heute ist es Push. Heute ist es Push? Ja. Sicher? Ja, heute wird es eine Pulse Session. Powered by Peter. Powered by Peter. Das P in Push steht für Peter. Wie war gestern? In Pull? War gut. Also Pulse? Sorry. Ja, war gut die Pulse Session. Perfekt. Ja. Jetzt gibt's Fokus. Yo Leute, jetzt wird hier mal Fokus geballert, da ich gerade noch einen Shake in der Hand habe und die Kamera. Ja. Was ist das? Moin Werner. 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 Werner Junge. Okay, ich werde jetzt Fokus ballern und den guten Kraft. Wir trainieren heute im 700 Fitness oder Fitness 700. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden und es steht auch nirgendwo. Ja, es wird eine coole Session. Push Session mit dem Pulse oder Pulse Session mit dem Push, wie man es auch immer nennen will. Jetzt geht's ab. Okay, ich werde jetzt Fokus gehören. Und wie ist denn was du, auch wenn 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 du,! Okay Alright Okay Alright Okay Alright Okay 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 Wir haben heute das Palat, das Palat. Es ist schon, dass wir deutlich mehr Volumen bei Peter reingekommen als es ist. Es ist süß, dass wir von der Säge-Modus freigeschneiden sind. Das steht hier halt, ne? So schau ich halt nicht mehr aus, gell? Ich bin schon ein bisschen runter geworden. Die Puls-Push-Session mit Armen haben wir jetzt im 700-Fit-Club absolviert. War richtig stabil. Ich merke auch, wie mir einfach der Aufbau-Look immer mehr zum Gefallen anfängt. Raus aus der Diät, klarerweise. Und jetzt fühle ich mich einfach sehr wohl, weil ich mich ehrlich gesagt wieder wie so ein Berserker-Oga fühle. Und es ist schon gut. Gutes Gefühl. Yes. Werden wir jetzt hin? Lidl. Vorsicht, Loch. Ja, alles gut. Alles geschehen hier. Wir werden gewarnt in diesem Loch. M. Windu aus stroidee des Halemos. Was selbst Everest aufgeschen. In diesem Raum Deus. Was immer noch nicht erwarten we representa G blocked raus und am besten. Zurück vom Einkaufen, vom Training, alles erledigt, jetzt geht Patrick sich bieten, nachher gibt es Farbe für ihn, für mich gibt es jetzt mal Essen, habe mir da was sehr sehr cooles gerichtet, also Chicken Salat und Kartoffeln, richtig richtig fein. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen leiser sein, weil Farbe ist jetzt erledigt für Patrick, alle sind schon schlafen gegangen, ich werde noch kurz was arbeiten und dann auch schlafen gehen, damit ich morgen ready bin, ich werde das Video jetzt auch ein bisschen länger ziehen und morgen noch den Morgen mitfilmen, den Rest wird es dann auf Patricks Youtube Channel geben, bin schon sehr gespannt, ja, und mach gleich eine kleine Werbung, sitzt nämlich gerade am Evo Wheel, das ich mache, genau, und da noch einmal mit Code Pete, könnt ihr euch satte Rabatte sparen, also unbedingt bei Evo bestellen und auch den Youtube Kanal mich und Co. einfach unterstützen, also alle Projekte, ja, steckt schon viel Arbeit dahinter, wie man vielleicht auch ein bisschen mitbekommt. Jo, ich mache das jetzt mal fertig und nachher geht es für mich ab ins Bett. Jo, von der Arbeit geht es wieder an die Arbeit, ein bisschen Schlaf ist dazwischen natürlich reingekommen, aber ich muss jetzt Check-Ins fertig ballern, damit ich natürlich den ganzen Tag nachher Zeit habe, mich gut um den Patrick kümmern kann und ja, werde jetzt mal Kaffee tanken und Check-Ins ballern. Wir haben mal ganz fette Props an Kevin, Kevin du bist jetzt im Youtube Video und du machst wirklich unfassbar coole Fortschritte, das ist ein Wahnsinn, der Mensch ist 1,95m groß, was das noch 1,85m macht, also Props an dich, Daumen hoch. Jetzt Leute, Arbeit ist erledigt, bin jetzt durch mit den Check-Ins, jetzt gibt es Farbschicht für Patrick, weil Puls ist auch mit dem Bad jetzt fertig. Patrick, kurze Worte, fühlst du dich gut? Eigentlich schon, also nach dem Befreiungsschlag eben auf Toilette fühle ich mich sehr gut, davor ging es so ein bisschen, aber ansonsten läuft die ganze Geschichte glaube ich, Farbe und dann schauen wir wie es vor Ort ist. So ist es, schauen wir wie es vor Ort ist, wie das Ganze dann vor Ort so gut wie möglich ausschaut, werden wir nachher beim Youtube Video von Patrick sehen. Ich werde mich an dieser Stelle jetzt hier verabschieden. Puls wird die letzten Worte zu diesem Video jetzt einfach sagen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, Puls ist überfordert. Ok, Leute, subscribt zu dem Channel, kommentiert das Video, teilt es in den Social Media Kanälen, liked es auf alle Fälle und ihr könnt das Ganze natürlich unterstützen mit Rabattcode BEAT bei EWO einkaufen und das Ganze supporten. Yes, das war es jetzt von meiner Seite. Haut rein und bis zum nächsten Mal.